als drei er war mittlerweile ist mich eine digit meine älteren mein bruder und pari freunde aus schulzeiten so philipp jose jonathan aber ansonsten alle freunde von danach die keiner von denen nämlich beim vornamen mein vorname gibt es nicht mehr aber wenn ich mit mir selbst rede was ich sehr oft tue tatsächlich ich habe auch mittlerweile gelernt dass es gar nicht so üblich ist wie ich dachte ich dachte jeder mensch würde permanent mit sich selbst reden aber scheinbar tue ich das auf jeden Fall nämlich nenne ich mich da auch selbst bei meinem bei meinem bei meinem teilgenommen ich weiß nicht ob ihr es kennt aber angenommen ihr seid dumm und lauft gegen eine wand mit eurem c und dann beleidigt ihr euch selbst dann nenne ich dann nenne ich mich halt nicht mehr bei meinem vornamen dann merke ich halt auch du bist so ein dummes stück scheiße tolkien und also you know so an dem punkt sind wir angekommen an dem punkt an den wir auch angekommen sind ist pick und bandphase nummer vier überleitungskönig tolkien lol am sonntag sage ich rennen natürlich hier wieder interessant für adam denn rumble und kennen wurden beide gedrückt junger mein kopf aus digit aus rumble und kennen renecken gemacht und ich muss über renecken reden obwohl ich den namen gar nicht sagen wollte ja rambi und kennen bands finde ich beide nicht so geil er den kommentiert weiterhin auf seinen style was bds sehr viel kostet den draft aber oder verführer weil letztendlich auch wirklich mächtig was primär daran lag dass na sein job nicht gemacht hat was der bush angeht das funktioniert für bds aktuell auf jeden fall ganz okay in der planphase sollten die swiss stage reinkommen wird vielleicht anders aussehen jetzt für die frage wenn du den baum einloggst ok sejuani wenn du baum einloggst pickt dann man pick man an jays kaiser weg weil gerade immer von bds gesehen dass sie nicht bereit waren zu picken mit maokai aber wollen sie jays maokai geben psg der maokai gebannt er soll jays gebannt auf der vier nachdem sie den maokai haben durchgehen lassen bewirkt großes risiko hier ein psg ist bisher ein tiefes um drakes unterlegen gewesen aber vieles davon liegt am setup maokai jays kaiser machen zeit aber automatisch easy kaiser wegnehmen ist geil mal sehen ob die jays spielen jays haben die letzte runde nicht spielen wollen weil es würde Sinn ergeben wenn sie jetzt auch wieder jays skippen und quasi in der linie treu bleiben dass sie jays nicht spielen wollen nukleer ist nicht der beste jays aber ja maokai jays ihr wisst es ihr wisst es lange die cheeky joe liebe bro auch mal auch mal die sinneinloggen auch mal alpha sein nicht baum gegen baum es wird der baum gegen baum heißt ja wahrscheinlich so eine art kite pack kommt bei bds gegen auch eine world range kommt bei psg denn maple ist ein guter jays haben seinen jays schon mehrmals gesehen beim turnier ich glaube zweimal ein game ist auf jeden fall und es gegangen ist ich kommentiert habe und ja das wäre für mich jetzt in der no brainer ja du spielst dann immer automatisch gegen sünder von nuklea das leute relativ easy hier kommen aber wenn du jetzt wirklich gegen 100 von nuklea spielst hast du halt kaiser jays sorry kaiser iwan sünder dann kauft der jays mercs und hex trinker und der ist unkillable als die draft von bds bügt wieder einige schwächen aber i mean ich glaube an bds ich auf sie zu doubten sie machen da schon irgendwas wildes let them cook eine pickt irgendwann keine ahnung kale toplane und macht irgendwie nein also i don't know wir danken die jane ist für den zapfel kommen danke dir welcher baum ist besser ist der bei weitem beste baum auf dem patch aber zwar hohe priorität beim nc finale mauka ist er der höchste priorität champion bei world fans und bands geht also sehr viel gebannt der charakter funktioniert in jeder kommt sehr sehr einfach zu spielen hat sehr viel synergie mit sehr vielen charakteren in den meter und das macht es durchaus härter dagegen zu agieren einfach wiederum ist nicht unbedingt bad aber einfach stradet hat sehr damit objektiv zu machen bevor er da sie hat und da sie zu kriegen für den ersten weg ist meist nicht wirklich möglich harrid fight ist kacke für redzeit also wir können aber ganz kurz warte hier nur während wir hier warte guck mal hier und einfach die reinen stats anguckst ist hat wirklich die stärke von redzeit wie kriegen den ersten drag oder den ersten harrid ersten harrid kriegt man so gut wie nie auf redzeit er ist deutlich üblicher obwohl es jetzt bei world's plans immer noch nicht der fall ist aber harrid quasi nie über die jahre hinweg und wenn iwan hat beides nicht contesten kann ist auch bad pick auf redzeit aber immer ein clear darsteller der ist gut mit double ad carry kommt heißt angenommen du spielst jetzt hier wirklich tristana kaiser und dann toplane tank ist okay aber die carry mit iwan plus zwei tanks ist in ordnung also wir haben ja schon zahlen gesehen auch ohne erfolg wenn dann aber nortel ist zahlen orne oder sowas wäre okay aber wenn ich am anfang die ganze zeit wedet werden nicht wirklich von maokai ne iwan ist der bessere early game champion wenn es darum geht camps zu nehmen einfach markieren weg smiten und du musst dein partner wirklich gut predikten um ihn zu entwäden ist nicht so einfach gegen iwan gerade nicht als tank wenn du jetzt nocturne wärst oder sowas dann ja aber aber man klickt schon sehr sehr schnell im early game wir sehen des öfteren iwan paths gerade der fascio der fascio iwan den ich letztes mal gesehen habe war quasi er markiert drei camps geht resetten für dark also er markiert alle möglichen camps da geht er topside smited par camps er geht dann resetten kauft sich darksail boots läuft aus der base und nimmt die anderen camps auf bordzeit und ich nehme an diesen bildpuff er diesen 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 dieses puffing werden wir vielleicht noch mal sehen hier ja die draft ist so fucking insane für mercs value na also kassopi am mitte nice ich mag auch so wirtschaft gegen jace nukle hat darauf auch gut gespielt keine frage aber dann die der die menge an magic der mit ist halt wirklich in 10 naja it's always okay early game snowboard geht immer und kaiser kann ja auch natürlich für krankens leer bildpuff gehen macht sie immer noch für magic damage aber nicht so viel wie mit halt def cap und nashers 2 etc jacks blind pick ist ich glaube jacks beim ist der beste picking adam weil was pickt er jetzt dagegen er hat nichts nur daraus ist nicht geil garan ist okay aber auch nicht geil ist okay das ist not terrible meifert ist terrible in der draft allgemein noch mal magic damage hat ist er spielt jetzt noch olaf ist terrible gegen jacks ja ich glaube es wird fast garen werden müssen richtig ja auf jeden fall starker bleibt von asi bisher viel erfolg gehabt auf na hat er ein game verloren der naa wurde jetzt rausgebannt er dann auf jeden fall immer wieder dabei ist quasi die erfolgreichen champions des vergangenen games rauszunehmen wie gesagt der naa hat auch das game easy gewinnen können was solltet ihr picken zz ist terrible gegen jacks zz ist wirklich hartkaut hat von jacks aatrox aatrox verliert auch sehr hart aber ist okay ist ungefähr vergleichbar mit garen ja es wird der garen und es ist nicht so schwer wie die erst drauf zu blicken wenn es um adam geht einfach sein champion pool der ist nicht bad aber er ist sehr limitiert hat hat vor und nachteile die gegner sind nicht unbedingt gut daran zu berechnen was er machen wird aber ja das garen jacksmanship ist gut für garren ab level 6 7 so dem dreh jacks gewinnt danach auf der mainzahn und davor ebenfalls dank der mainzahn war und grasp kann halt sehr kurze trade spielen gern braucht man längere trades aber ja gern gaming hat jetzt für garren und für adam speziell zum erfolg geführt durch haben wir wieder damit die situation dass wir kein tp haben werden auf dem garren garren braucht ignite gerade wenn du facebook spielst brauchst du ihn halt um fest auszulösen im early game oder auch später denn jacks also gegen jacks halt fest auslösen ist sehr schwer für garren deswegen sind wir auch bei der match aber auch graben aber meistens trotzdem für die teamfight selbst wenn du kannst du nicht auch attacken heißt im endeffekt hast du zwei spells die ihn treffen und zwar deine e und deinen deinen strike breaker oder hat den einstwerk web heißt manchmal musst du direkt unten für movement speed oder aber igniten wenn du kannst nicht wirklich tun den jacks was ein problem darstellt denn eine rune ist das wichtigste in dem matchup um halt jacks kiten zu können bzw generell zu entrinnen vor seinem was eine amare daran auto texte macht der hit nachhit 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 das erste game das erste game lief sehr blutarm es war ein langsames ausbluten von bds ich habe es nicht komplett gesehen weil ich noch im zug drin war es hat obses gecastet game zwei war war psg einfach gewonnen richtige abschlachtung alle drakes nash turrets 10.000 gold lead fast as fuck bekommen et cetera und dann der drei gerade eben war ein richtiger fistfight banger würde ich sagen um drei ob es das beste game wenn wir jetzt an diesen erfolg anklüpfen kann dann wäre ich glücklich mit ihnen hoffentlich schaffen sie das wenn es gemeinsam herausfinden jetzt aber testen ob die jetzt passt ey du ich teste das die ganze zeit also ich habe den sound die gesamte zahlen beim klick geht nur bei euch hat nicht ich habe den 0 bs gemütet also ich höre die ganze zeit ob es leckt oder nicht ich hatte games jetzt seit ungefähr also das ganze letzte game oder dieses game jetzt kein sound mehr gesendet also das ist einfach kein sound auf dem feed da war kein sound da also ich nehme an dass ich glaube mal sie haben es ja davor mal hoch und runter gepiegelts irgendein problem mit zeit heute it is what it is wenn ich das ja auf der psg jede runde besser was heißt besser oder schlechter ein jace mauka natürlich einfach eine super standard draft ich bin ich der größte fan von der fehler aus bisher aber als gewesen der charakter hat mehr schwächen mitgebracht hat noch zu msi zeiten wo er auch richtig hohe priorität genossen hat aber obviously im early game kann man ihm sehr viel priorität generieren mit den mit den beiden waffen natürlich dennoch noch das deutlich und ich mache mir das sound an wir können wir testen warte chat und mal feedback geben auch mal feedback geben wie ist deshalb für euch ist gut und auch am leggen wieder Aber meine fresse ich wollte mir nicht mehr zuhören in dem schon viel zu viel aber leute legge ja gut Heißig ändern dann tschüss back to music Na ja gut dass wir es in der plane stage haben dann wird es in der main aber in der swiss stage nicht so sein ist doch fein Sheo invaded sie in den blauen verstärkungs zauber will ihn auch direkt wegsmeiden Junge das ist wildes parfing level 1 Alvern der invaded und haben wir uns gerade noch sauer gemacht dass er invaded werden könnte als baum Das ist natürlich absolut nicht weibel ne Warum tut er das? Er kann niemals Gromp einsammeln Oder? Loi Er spielt einfach basketball und wartet auf Gromp Loi Aber er ist level 3 davon, right? Level 3 flash Loi Er ist OP Er ist auch die raptoren einsammeln bevor du Ja gut dass das asi in jones ist ziemlich asi von ihm Aber auf jeden fall ärgerlich Trotzdem erstmal das kannst du doch vielleicht sogar Nein 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 du bist zu laut du bist zu laut Don't contest Du hast gar nicht dafür so viel zeit generiert Du hast ja selbst zwei camps geklaut verlierst dafür nur eins Das ist glaube ich komplett in ordnung hier Für beide seiten Von top land und jungle so oder so Mega nice also das parfing hier angenehm Kriegt jetzt auch level 4 vom gromp Top land wäre dessen ordentlich was verloren worden von jacks Das hilft gar nicht sehr der mögliche mit last und braucht Gegen den mann mit der laterne Williges early Jetzt wird der zweite raptoren spawn wahrscheinlich contested Der wird auch angepingt von bds Dass er die auch noch mitnehmen wollen Scheeu also hier sehr aggressiv Mit seinem flink baum haben in welten Das hätte ich ne alvan ist ja irgendwie inspired Von flink baum aus der der ringe weiß nicht ob ihr den kennt Der kommt auch im film vor dass der baum der sich so Am ende bei den fluten ins wasser rein trinkt weil er mit Feuerwehr gegangen wurde das ist zumindest die offizielle Fassung der heißt das hätte ich auf sind darin regal hat Regal hat natürlich auch ein richtig starker name Ne quick beam auf englisch Flink baum auf deutsch und regal hat auf sind darin Dann wiederum haben wir mal auf der anderen seite das ist ein akronym Für I am oak also ich bin eiche In league of legends kontext Also ist akronym oder Wer ist das anagramm anage nicht akronym was laber ich anagramm Mein gehirn funktioniert anyway Boddenke stark von crowny In her der ringe tatsächlich mal kann natürlich Auch existent dann nennt man ihm baumbart oder auch Schiebeard sein sind darin name ist das nicht fangorn Er ist der allererste der ends und der erste Äh das älteste geschöpft unter der sonne Ne er war von anfang an da es war auch sehr episch Als keleborn später mit ihm redet ziemlich geil Wir haben quasi ein lore matchup also wisst ihr wir haben quasi fangorn Gegen bregalat und bregalat ist ja eine eberesche Der ist quasi primär für die ebereschen Zuständig gewesen und äh Bregalat natürlich Macher charakter der chillt am ende So ein bisschen marion pippin und bregalat ist dafür bekannt Gewesen dass er von den ends am schnellsten Reagiert er hat mal eine frage eines anderen Ends beantwortet bevor er die gestellt hat mit ja Macher der mann also der baum Ja und auch hier ist der baummacher Kriegt direkt bot den kill alles was er machen musste war ein Schild und das war's So einfach nur kurz mal Q gedrückt E gedrückt Rootcaller getroffen Schöne pass verwertet und peng First blood für crown shot Der mann der bereits früher in der europäischen IRL strong war war de monster Jetzt top lane kommt erneut der baumge Angesprintet er ist wahrlich flink Und will asiapu im maokai Hat er back kein backup sorry Schöne norte des hook jedenfalls obendrauf Dredge line into rootcaller aber er hat kein damage ne Jo ist einfach jetzt Adam flash hinterher hat Noch kein demasien justice kann man sich nochmal drehen Spin to win baby Abrasiert den mann Schöner und wichtiger kill BDS wird uns wirklich das unmögliche schenken Das was nur sehr selten vorkommt Ich hab's einmal in meinen pick games drin Nämlich den reverse sweep Und es bahnt sich das 2 zu 0 an Tolkien wieder mal fleizig am caster kürzen Das ist die 6. Minute Und wo die freeze sogar die wave das ist ein Tilter für Adam deswegen kennt er sein base Und wo die zu contesten Aber demasien mit demasien justice ausgestattet Und wirklich bisher der baum auf der seite von BDS Säulich besser als der baum auf der seite von psg Taiwan würde gerade haupt genommen von der schweiz Not bad at all Denn sowohl die invades als auch der fakt ist Garen in wavetop den rausbruschen durfte Als jacks invaded hat als auch dann halt raptoren Inwade als auch dann bottling kill Und dann noch troppling rotation Jetzt schaut man hier wahrscheinlich sogar in den drachen Während wir replay sind Der root caller bietet halt maokai Er in orderless die möglichkeit in reichweite zu dashen Aber er dasht lieber nicht in reichweite Weil hook besser ist Denn so würde er sonst gestunnt werden Er dasht ja in orderdeck reichweite Und dann Adam kriegt facewash proc Bleibt deswegen in reichweite Um den nächsten spin to win zu aktivieren Hat also damit seine summoners verbraten Aber für den kill natürlich mehr als worth it Jetzt auch der drake obendrauf Wichtig für die jungs von BDS Die direkte man schluss die chance hätten Natürlich auch für den harrel zu swappen Die zählung rund um einen starken demassianischen charakter Kann man das wahrscheinlich positiv verwerten Wieder eine cold berry ice Vielen Dank von den Zappmann Willkommen mate Der verlierer ist raus Das ist absolut korrekt Lieber elo mator Der verlierer hat freizeit Der fliegt zurück nach Ja entweder in die schweiz wenn du BDS hast 100% rate trust Mal gucken wie wir dann in der swiss stage Uns durch voten werden Die wird auch eine wilde pick-em phase uns sicher geben Aber dafür muss BDS erstmal zwei runden folge gewinnen Das ist nicht so einfach Wollen wir nicht zu sehr hardcaster kürsten Wird BDS ist ein schweizer team? Ja Die org location ist schweiz Spieler sind frankreich 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 Und natürlich die flashwolves wie auch a h q damals Sehr sehr starke teams Beide auch bekannt für ihren jeweiligen fis Maple seit zehn jahren bei worlds dabei Ein erfahrener veteran Der psg in die swiss stage führen möchte Und dafür braucht er hier einen vorteil In auch diesem spiel In zwei spiel hat er ihn bereits geholt Generell auch seiner kali war sehr mächtig 9 0 in game 2 Das ist schon nicht standard Viele veteranen tendieren zu mehr controllastigen spiel champions Sowas wie faker zum beispiel spielt ja 2015 sehr viel zett und co Mittlerweile sehr viel lasier Maple immer noch ein assassin chat Und während der ersten schritt leider der baum Sheo to sind Asi wird nicht ganz verbrennen An adams ignite Junjia hier am chasing gegen labroth Der hat flash aber der will vielleicht sogar lieber turnen Der petrifying gaze wäre gleich ready Maple auf jeden fall mit dem ersten kill für sein team Flash kommt durch damit wird der baum gehuckt Aber ohne dem arcien justice ohne petrifying gaze Guckt ja auf nuclear der flasht rein Aber trifft nicht wirklich gut seine ult Damit wird er einfach nur 1 2 1 Strat und verliert auch seinen summoner spell Fünf mannen sind hochrotiert von psg Und kriegen damit auch noch Wahrscheinlich sogar pressure auf die platten Denn du hast hier Durch die chakrams bei dem aphelios Die schnetzeln durch Terriplating sind durch Aber das gleiche macht garry mit minion waves Also wow Es ist nicht gerade gut für bds Aber auch nicht terrible Ein decent bot wave geht verloren Und du tradest nicht perfekt Aber gerade nach der frühen rotation Von jace war da nicht wirklich viel mehr drin Guckt auf nuclear's position So psg ist halt so 4 da Nuclear ist halt nicht da Und währenddessen ist auch noch Tatsächlich crowning base Also er hat bds bewusst in ein 4 gegen 3 Reinkommitter das dann auch zum 5 gegen 3 Werden kann Bevor ihre jeweiligen carries überhaupt da sein können Dass das nicht so positiv läuft Überrascht jetzt nicht so sehr Sehr bitter natürlich wenn deine beiden carries einfach zu spät für Harald sind Ich bin ehrlich mein gehirn ist nicht ready um auf reset timings zu achten gerade Ich habe mich aufgepasst Eine stunde schlaf sleep deprived Tolkien Sein gehirn ist much Es ist much Es ist much Es ist much Herald auch noch an waco gegangen Which blows Also weitere platten anspielbar Aber nicht so bad wenn sie auf dem ad carry sind Keine montagen brace powerspike Oder vielleicht auch nicht eclipse dustplay powerspike Bro eine stunde Ja die letzten beiden nächte waren rough Weil ich musste ja quasi Ich musste ja von berlin nach westerstede fahren Und dafür bin ich auch um so 5 aufgestanden Weil ich dann irgendwie Wir mussten halt Haben uns früher getroffen und so Die 5 ist übertrieben Vielleicht war es 5.30 Uhr Und dann halt noch eine zweite nach dem anschluss weißt du Die dann auch nur eine stunde war Wenn die hausage ging ja bis halb 3 Und dann musste ich um 4 Muss ich löse Dann musste ich in Torxi Solo-Kill Flash-Ult Ignite-Ult bitte Bitte krieg den Kill Nein Adam Ach er hat kein Ignite-Ready Es ist ausgegraut Maple währenddessen im Fokus Im Jasma Kommt durch Damit wird er auf jeden Fall sterben Starkes Ding Von Nuklear und Sheo Belohnen sich da selbst der Nuklear Und Top-Play in das Matchup Wenn es selbst anfängt zu swingen Mega-geil Also beinah Solo-Kill für Adam Natürlich die Pilt-Wartage Bei dem Jax Im Endeffekt ist es nur Flash of Flash Nicht the end of the day Es ist okay Für beide Seiten Jetzt kriegt man vielleicht Botlane Den Turm gechunked Nautilus Hat hier den Depth-Charge-Ready TP kommt durch Von Nuklear Der hat auch das Battle-Flying-Gaze Der will versteinern wie Medusa Und Kill-Einsding kommt durch Die Ultriff leider nicht gut Aber es reicht komplett aus BDS erscheint wie ausgewechselt Das Team Das Team das in G1 und 2 einfach Sion Renekton draftet Als es chancenlos aussieht Spielt hier richtig einen auf Crownie hat noch Flash ready Macht noch Damage auf Maoka Bevor er sterben soll Aber jetzt ist Maple da Und der Mann Der kriegt den Double-Kill erwirtschaftet Und gerade so kann man auch Aufs Nautilus-Position Den Kopf aus der Schlinge ziehen Damit ist es ein 2-für-2 Auf der Bot-Side Schöne Reaktion auch von Taiwan Die hier absolut gar nichts Schenken wollen Dem Europäischen 4. Seed PSG ist ja auch sofort qualifiziert worden Hat bisher noch kein einziges Best-Off bei Worlds verloren BDS hat eins verloren BDS musste durch das Loser-Bracket durchgehen PSG hat einfach durchgestompt Und gerade erst gegen BDS Die erste Karte abgeben müssen In Game Nr. 3 Natürlich Reverse-Sleep zu werden Wäre ein riesiger Blow Für es im Mäntel So oder so Aber noch sind sie davon Ein Stück entfernt natürlich BDS muss 2 Karten noch in Folge gewinnen Damit sie eine Chance haben wollen PSG nur eine Beste Position definitiv Und ja, ich mag die Projektivität Die sie gerade mit Casopeia hier zeigen Rein zu holten Und generell zu TP'n Strong natürlich auch Wenn Maple ready ist Das Ganze zu beantworten Mit Maukel und TP Nicht schlecht von PSG Das wurde hier noch abgeholt Wurde natürlich ärgerlich Korne macht noch starken Schaden Ich hatte gehofft Dass man vielleicht noch Junja mitnehmen kann Aber nicht ganz reicht es aus Korne flasht auch dafür Ich verstehe weshalb Es war close Es war sehr, 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 sehr close Zwei Drachen an BDS Ja, Sam Harrod verloren It's okay Top Badger wird gerade besser werden Wird auch noch eine Weile besser sein Na, auf Divine Thunder kann Jax gegen scalen Ja, aber BDS Top-Länder wird zuerst Sein Post-Bike freischalten Der junge Franzose Der einzige Von BDS mit internationaler Erfahrung Letztes Jahr Oder vorletztes Bei Fnatic hat er natürlich Sechs Games bei Worlds gespielt In der Gruppenphase ausgeschieden Peng Aber Der Rest von BDS hat noch nie Ein internationales Turnier gespielt Und jetzt spielen sie hier Allererstes Mal Worlds Und sind kurz davor In die Swiss-Stage einzuziehen Normalerweise Hätten wir ja gar kein Vierten Seed aus Europa gehabt Aber dank BDS Sieg gegen die Golden Guardians Mit einem 3 zu 0 Am 9. Oktober Haben sich ja qualifiziert Top-Lane Solo-Kill Der ist einfach tot, oder? Und Bob Demarcian Justice Ignite Dabei Point-Click Für 800 True Damage Balanced By the way Ist einfach ein Solo-Kill Top-Lane-Match-Up Ist geil Jetzt hat Jax S. Devine Sunrise gekauft Stark von Adam Dafür ist es da Dafür hat er die Gangs bekommen Jetzt geht man vielleicht noch eine Platte obendrauf Oder zwei Denn Garen pusht sehr sehr schnell Aber Platten laufen in der Sekunde natürlich aus Mein Gehirn ist wirklich langsam Wenn ich nicht mal mehr auf Time achten kann Sorry Chat dafür Aber jetzt geht man Base für Streitbreaker Du kannst nur nach Black Cleaver gehen Das hat Adam bisher getan Aber Natürlich auch Highbreaker in dem Game Ist nicht schlecht Ich denke er wird immer wieder Richtung Black Cleaver tendieren Werden sie rausfinden Wenn er Double Longshot gekauft hat Dann wird es Black Cleaver Wenn er Double Long Wenn er einen Longshot kauft Plus Movement Speed Oder Ruby Crystal Dann ist es natürlich Highbreaker Wenn sie rausfinden Soweit Lanning Kaum nicht weg ist Er hat gar kein Was? Warum hat er so wenig Gold? Er hat doch gerade gesolokiert Wie hat er nur Mythic item Trollt er oder? Was Diggi? Hat er nie los? Aber anyway Garen hat immer noch Boots ausgebaut Also er ist sehr sehr viel stärker als Jax gerade Also sie wird weiterhin Sachen droppen Und das hat jetzt geil an Garen Im Gegensatz zu Olaf Denn beide sind natürlich Juggernauts Charaktere Aber Garen kann halt einfach über die Karte rennen Mit Movement Speed ne? Sein Mythic Item gibt ihm Movement Speed als Mythic Passive Seine EQ gibt ihm eine Menge Movement Speed Deadman's Blade, Highbreaker, whatever Ist so geil Du sprintest einfach Und bist nicht ganz so TP Abhängig wie andere Charaktere Auch gerade dann Wenn du von vorne spielst Kannst du halt Waves zuerst pushen Und zuerst reinrotieren Das macht Adam gerade sehr gut Warbler dann ihn Er ist da und er ist wichtig Denn er ist ein starker Charakter Hier zu dem Zeitpunkt Gemeinsam mit dem Sonic Potential Einer Ryle als Casopeia Kann man ja sehr einfach den Drachen bekommen Durchtradet man da für den Bot Turret Was sagt? Das ist First Turret Aber wow Curret ist nicht bad Trotzdem First Turret an Jax Ein kostspieliges Unterfangen Element auch wieder zurückkotieren können Also sobald er sich zeigt Dann kann er auch die nächste Der Bot Line catchen gehen Weil die Wave hat er jetzt Einfach gerade Crowney weggenommen Ihr seht auch Crowney läuft halbmitte Und läuft dann wieder weg Das wird Crowney nicht geil finden Dass er gerade die Midway verloren hat Jetzt läuft der Top Line hinzu LeBrov ist ein bisschen lost auf der Karte Wenn er dann noch nach vorne rennt Wenn er dann Eddie Curry Der Bot Line geht Aber Killer Instinct rettet den Tag Jetzt die Beat Asi rein Counter Strike is ready Und aufgeladen auf die Backline Die Empowered Camptek Blasko Und rettet zumindest Den Eddie Curry von BDS Das kann Lavov nicht von sich behaupten Und jetzt kann wieder man die Midway fahren Wird Adam wieder die Midway nehmen Und Crowney noch eine Wave taxen? Ja also wenn nicht Crowney wäre Wäre ich unglücklich Also ja Naja Ist ja auch egal Da wird Crowney einen Kill bekommen Not bad Aber starkes Ding Da Top Line zu disengagen Und man kriegt vielleicht Jetzt sogar eine Dive Chance hin Maple hat aber in vielen Wenigen Sekunden TP Man ist auch doppelt gespottet Von Zaplings Okay Adam Chatham Nice Auch sehr arrogant von Junjia ne Er hätte bei den Zapling Mad Adam gespottet Wurde trotzdem einfach Ja Hat nicht gespeckt Ist nach vorne gelaufen Ryla Slow is strong Jetzt gleich nochmal der Stroke von Strike Breaker Trotzdem natürlich Ohne Demacian Justice Keine Chunks zu Chadden Äh zu Chadden Ja zu Chaddemen Zu Chaddemen Zu Chadden Chaddem Chaddem Könnt ihr mal kurz dieses Chaddem Emote rein posten Das wäre sehr nice Das ist ein gutes Emote Giga Chaddem All Caps Lock Guck mal da Vita Voli hat es gepostet Macher der Mann Giga Chaddem Ja mega neister Dive Das war noch der Play von davor Da ist das Emote Sehr gut Das unser sich drehender Franzose Der einzige Mann mit Worlds Erfahrung Er taggt seinen eigenen Eddie Carried gleich dreimal Aber kriegt dann so einen schönen Solo Kill auf Junjia hin Not bad at all Giga Chaddem ein Mann der seinem eigenen Playstyle treu bleibt Und dieser Playstyle besagt Ich pick Champions die mehr Sets haben als du Darius, Olaf, Seth und Garen Also wirklich Juggernaut, Juggernaut, Juggernaut und Juggernaut Und auch Renekton ist ja Juggernaut und Bruiser Hybrid Also ein Charakter Oder generelle Charaktere die im Pro Play meistens keine hohe Priorität genießen Denk dran Juggernaut sind meistens mit sehr geringer Reichweite, Mobilität und auch Mobility Gesegnet Können quasi auf dich rauf laufen und Schaden machen Das macht sie aus Genau das vereint ja Darius, Garen und auch Olaf Wenn die auf dir drauf sind dann bist du probably tot Aber auch für sie auf dich rauf zu kommen ist meistens eine schwere Ein schweres Unterfangen Während sowas wie Jax, Irea, Camille auf dich rauf hüpft Und dann sind sie halt da Die sind mobil diese Bruiser Aber Adam sagt Bruder mir ist doch dieses Outplay kack egal Stumpf ist Trumpf Ich pick Bruiser Ich pick gegen deine Bruiser Pick ich Juggernaut und gewinne einfach Und das funktioniert Oder funktioniert gerade für die Franzosen wahrlich fantastisch Ich hab Mobilität und Mobility gesagt Scheiße Ich meinte Mobilität und Ja so halt CC Spades ne So ne 5 Mann Stunt von Jax, Irea, Camille Das ist natürlich in dem Garen nicht machbar Sowas halt haben normalerweise Juggernauts nicht Natürlich gehts Hybrid vor Reaktionen aber generell Was macht Adam da als heute reinlaufen Beide Top-Nender Flanken Sowohl da als auch Adam machen gerade gar nichts Nuclear zoned hier den Jax Währenddessen hat man oben ein 4 gegen 4 Und jetzt ist der Garen da Aber das war primär da wirklich der Aiwan Der Root Call lässt auch Garen Reichweite dashen Für den Last Hand mit dem Arsian Justice Und gerade die Aiwan Value ist wirklich mehr als illegal Also Scheo für mich MVP dieses Games Währenddessen Solo Kill von Nuclear Meine Fresse BDS Jetzt noch mit Drake Zwei Turrets Bot-Lane Und Midlane kann man vielleicht da anspielen Aber ja Scheo im Early Game mit so vielen geilen Invades Dann Bot-Lane Kill, Top-Lane Kill Und die ganzen Objectives die der Aiwan kontrolliert Dieser Baum ist wahrlich überall zu gegen Ein wichtiger Supportive Charakter der oftmals runter geht Halb er führte seinen Job mehr als souverän Auch schon von Nuclear einfach Jax zone zu gehen Er kann ihn easy beantworten bevor Jena im Air kauft Und wenn das ganze Game weiter gesund werden Der Jax geht auch scheinbar Richtung Sonja Second Item Ich find das terrible wie ihr wisst Und der Reverse Sweep Er sollte sich einläuten Chat Von 0-2 auf 2-0 Can you believe it? It's about to happen Denn dieses Game sieht geil aus Ich will jetzt gar nicht Caster cursen Aber Es steht 3-0 in Drax 6-12 in Kitz Und man ist so 4000 Gold vorne Wenn mein Gehirn nicht lügt Sübler ist aber auch echt lang Da kann man noch ein bisschen mehr Gold erwirtschaftet haben Von 0-2 auf 2-0 Ach man Chat Ich kann alles nicht mehr Von 0-2 auf 2-2 Ah Topland Ja Ja Sol okay Und da kommt der Bamm Junge Aus geht Ich sag's mal Also das ist genau was ich mir vorgestellt hab by the way Nicht ganz so brutal Aber das war was ich mir bei der Hochzeit gewünscht hätte Genau das war in meinem Kopf der Fall So dass das passiert Aber Kathleen hätte noch lustiger der Master geschrien Oder? Wär so geil gewesen Wenn das passiert wäre So Kathleen So Björn Steht ja ne Bei einer freier Trauung Mit denen mitten im Wald Das Licht fällt durch die Bäume hindurch Auf einer schönen Lichtung Und dann kommt aus dem Busch einfach Kathleen gesprintet statt von hinten So kein Brautkleid Einfach so eine demasianische Rüstung Wird auch viel lustiger Und schreit einfach Demacia Wär schon geil gewesen I don't know Aber wie war geil von BDS gerade Kriegen hier einfach Kill nach Kill PSG scheint ein wenig Mental Block Das glänzt auch ein bisschen zu früh Kein Captain Jack Alter ich kann das nicht mehr Auf jeden Fall nice gechased Adam ist währenddessen gebased Und jetzt ist Asi da Heißt wir haben Trotz des Early Kids Für BDS eine nachteilhaftige Situation Crowney Rotet jetzt hier Vaku Der kann nicht überleben Wird auch losgelassen Von seinem Support Der Lapov stattdessen über Chasing geht Und gemeinsam mit seinem Support Team habt Und jetzt langsam Aber sicher Kommt der demasianer Leider kann er Im Power Blast Con ready Aber es sollte reichen Oder? Man flankt halbwegs mit Conny Der wird unanklickbar Dank Dust Blades Kaiser by the way Die wird nicht nur unsichtbar Die wird unanklickbar Die hat ein riesiges Schild Die hat einen Pokes Über 50 Monitore Der Reset Und ihre Isolite Queue Macht eine Milliarde Damage Und parallel dazu Kann sie Wards 1 hitten Junge Freak An welcher Bong hast du gesmoked? Ich sag es immer wieder Er sagt halt immer wieder Aber das ist meine Vision gewesen Also Chat wirklich Weil ich das Ich konnte mir erst lachen Und ich war kneift Ich muss die ganze Zeit daran denken Wie geil das gewesen wäre Wisst ihr? Ich konnte aber niemanden drüber reden Deswegen muss ich mit euch drüber reden Deswegen muss ich Storytet zweimal erzählen Also Chat Für die die vorhin nicht da waren Ich war bei einer Hochzeit Ich saß da so im Freien In so einer Lichtung Und ich musste wirklich die ganze Zeit daran Also es war so richtig schön Mit Bäumen und allem Und Björn stand ganz vorne Und hat darauf gewartet Dass so Brautjungfern Und was auch immer wie alles da heißt Die genauen Vokabeln Ziehen sich meines Wissen Meines Wortschatzes Und ich dachte die ganze Zeit Wie geil es wäre Wenn Katarina anstatt von hinten Durch die Reihe durchzulaufen Aus dem Busch rausrennen würde Und dem Master schreit Und ich wollte damit mit allen reden Aber die kennen zwar League of Legends Aber natürlich nicht ganz so Nerdig und cringe wie ich Und es wäre so geil gewesen irgendwie Und auch so unerwartet Aber ich meine Das hat Adam jetzt gemacht So Adam Adam holt mich ab Adam Mara Der Garen wird satisfied Denn das ist ja eins der alten League of Legends Memes Garen tötet dich aus dem Busch heraus Andy wird dich flash tibbersen Und never chase the singed Was sind da noch so alte League of Legends Regeln Die ihr kennt Schatz So never chase the singed Ich glaube ich jeder Dann sowas wie Garen aus dem Busch Ist weniger bekannt Aber kennt man schon Was ist so für euch eine League of Legends Regel Bad Portal niemals nehmen Lee Sinqiu muss man nehmen Never dive Leona Never focus support außer Soraka Nie gehört Was mit Zona Die ist ja auch alt Click the lantern Das macht ja niemand Das ist ja keine Regel Das macht ja keiner Never help a losing lane Gute Regel Ja Gute Regel Aber das glaube ich Never gank a losing lane Also in der Originalfassung Aber sinnbildlich Is strong Der 010 Power Spike Das ist kein altes Meme Aber es ist auf jeden Fall existent Genauso wie seit Game Nummer 3 BDS In dieser Series existent geworden ist Hoa Tolkien Die Überleitung Top lane Flash and gauge Was macht Adam Er weiß er ist weak side Vier Mann bedrohen den Damassianischen Charakter Aber er hat Junge ich kann das nicht mehr Giga chat im hoch 30 Macht er hier OneDivore nen Double kill Bevor er sein Leben aushaucht Oder wird er einfach nur ein Das reicht ja auch ein Solokil Reicht Ja reicht Junge so strong Und währenddessen endet einfach BDS bot dann das Game Und wir sollen die Silverscrapes haben Von Danny McCarthy Der hat damals Auf der M2013 Einfach reingelackt Im Leben sag ich Aber BDS lachte gar nicht rein Die haben es so verdient Wenn sie den Nexus jetzt holen sollten Es ist ein guter Trade LeBrov lebt noch Kriegt man vielleicht Einen weiteren Anker gesetzt Er steht gerade in Büschen Für den Anker auf Maokai Aber Junge wirft ihn Mit Bambusmash raus BDS mit dem Miracle Run Oh mein Gott Crowny legendär in der Backline GTL Feinds auf der Hybrid Kaiser Und kann man exklus fokussen Jetzt lebt Asi wieder BDS Sollte die Beine in die Hand nehmen Außer LeBrov findet noch Eine weitere wichtige Hook Der Mann mit dem Anker Geht auf die Jagd Und versucht den wichtigen Skillshot zu treffen Das was Karni Basily nie geschafft hat Hehe Leu wer ist das Karni? Fragezeichen Und man sucht weiter LeBrov kann aber nur die Wand finden Mit seinem Anker Und muss disengagen Dennoch Nashwich Set noch für 5 Sekunden BDS kann Base gehen Dann Groupen Und einfach Mitte runter E-Sport Und das Leben ist gut Also wirklich Er spielt jetzt quasi alles von alleine Du kannst jetzt wirklich easy Seele nehmen Den Nexus nehmen Der liegt ja auch brach Genauso wie meine Hoffnung und Träume Jemals LEC zu spielen Und parallel dazu kannst du jetzt einfach wirklich Fast schon aus Mental Game gehen Nochmal Fountain Dive mitnehmen Einen Pentacle holen Und schon richtig schön PSG töten Und täten Fürs kommende Game 5 So ist einfach geil Na ja irgendwie I don't know Bist du ein bisschen sauer Wenn du 4 Mal Topline Gangs Und du noch 1,2,1 tradest Und vielleicht den Reverse Sweeper Dir Preis geben muss Natürlich hat PSG den Vorteil Auch in Game 5 mit Side Selection Aber das Momentum Das liegt beim Schweizer Team Also Da kann das Team aus Taiwan Jetzt erstmal nicht glücklich werden Right? Sehr, sehr nice I mean, I don't know PSG Der Favorit für diese Series Vielleicht der leichte Favorit Aber meine Pickhams Die freuen sich so sehr Wir haben noch die Chance Of Perfect Pickhams Ich wäre so happy Weil ich bin noch als Kostüm eingetragen Im Leaderboard Genau wie letztes Jahr Heißt das ja Da kann ich flexen mit Das kann man mal wieder Im Supermarkt zeigen Ein bisschen damit flexen Wie damals Mit der Challenger Jacke Oder im Challenger Rucksack Gute alte Tage Nexus liegt offen Du kannst ihn dir einfach Easy einverleiben No joke Einfach alle 5 Mal Botlane Und es ist GG Der Gewinner ist safe weiter Der Gewinner ist safe weiter Best of 5 Baby Also nicht von dem Game Sondern von der Series PSG muss das hier gewinnen Dann werden sie weiter Und BDS muss das Und das nächste holen Flash Engage Plus halt Depth Charger Verfehler Aus Jungia bereits tot Legendärer Crownie Auf der Kaiser Petrifying Gaze Trifft gleich mehrere Ziele Kann man noch weiter nachsetzen Knockup kommt durch Aber die macht der Brieftasche Sie slappt Schönes Stopwatch von Crownie Er hat noch Flash und Cleanse Kann er sich hier Asis Reichweite ziehen Angel Eiwandschild auf jeden Fall mächtig Demacian Justice Failed den Alistar Auch ein weiteres Mal Der Minotaurus Findet das Grab Genau wie der Rest Fountain Diven BDS Tiltet sie Tiltet sie richtig Ja Geil Rein Schade BDS Macht das Unmögliche Vielleicht möglich Einen Reverse Sweep By Worlds Es gibt ihn Basically einmal pro Jahr Aber bisher gab es in der Playing Phase schon sehr vieles Mehr als einmal Drei Penta Kids in drei Tagen Fountain Dives Links und rechts Und vielleicht auch unser allererster Reverse Sweep Wir haben die Silver Sweep